Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Voting-Video. Heute werden wir wieder mal das Spiel für 16 Uhr bestimmen. Ihr habt mir Vorschläge auf Discord gegeben, falls ihr das nächste Mal auch dabei sein wollt. Wenn ihr mir Spielvorschläge gebt, geht auf meinen Discord. Der Link befindet sich höchstwahrscheinlich unter mir. Jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht auch da? Vielleicht auch da? Ich hab keine Ahnung. Ihr werdet es finden. Und wie immer gibt es vier Spielvorschläge von euch und eins von mir. Ihr könnt ja mal gerne raten, welches von mir kommt. Und ja, wir beginnen einfach mal direkt mit den Spielen. Wir haben die Pokémon Nuzlocke Challenge. Mit welchem Spiel, das werdet ihr dann sehen. Ich weiß es schon. Seven Days to Die, Oblivion Staffel 2, Pixel Dungeon und Shelter Red. Das sind die fünf Spiele für dieses Mal. Votet das Ganze. Das Voting findet ihr jetzt hier. Da könnt ihr dann einfach draufklicken, was ihr sehen möchtet. Eine ganze Staffel lang. Und dann werde ich das auch spielen. Und ja, für alle, die nicht wissen, um was es hier geht, was für Spiele das sind. Unten in der Beschreibung findet ihr Links. Bei der Pokémon Nuzlocke Challenge haben wir bereits ein Spiel gespielt. Da findet ihr die komplette Playlist unten. Bei Oblivion findet ihr auch die Playlist. Seven Days to Die findet ihr einen Trailer. Pixel Dungeon findet ihr einen Trailer. Und Shelter Red findet ihr einen Trailer. Wir sehen uns dann nach dem Voting beim Spiel. Nicht direkt. Ich muss es ja immerhin aufnehmen. Aber ich bin gespannt, was ihr auswählt. Währenddessen meine Katze da hinten irgendwo im Hintergrund miaut. Bis dann, Blauschich. Echt komische Katze. Gut, Freunde, haut rein. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020